An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Und wir reden heute nicht über Tabletop oder Rollenspiel, sondern wir machen Rollenspiel. Und zwar spielen wir einen kleinen One-Shot zum Spiel Warhammer Fantasy Rollenspiel. Und dazu habe ich eingeladen zum einen den Phil. Hallo Phil. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, vielleicht kann man schon hören von wegen so in welche Richtung nachher dann Phil seinen Charakter geht. Klären wir gleich mal, bevor ich aber darauf zu sprechen komme, begrüße ich den Hauke. Hallo Hauke. Hallo Piwi. Hallo liebe Zuhörer. Ich bin gespannt, was du für einen Charakter mitgebracht hast. Und damit wir auch dann die Runde natürlich vollkriegen, haben wir uns den lieben Mathis vom Table-Podcast heute eingeladen. Hallo Mathis. Guten Abend allerseits. Du Hübscher da unten in deinem Keller. Du hast auch heute eine besondere Charaktere bespielt und gespielt und wirst sie spielen. Ich bin sehr gespannt, von wegen so was dein Charakter heute Abend macht. Aber damit ihr da draußen wisst, von wegen, um was es denn eigentlich geht. Wir haben uns einfach mal dazu wirklich entschlossen, einfach mal zu sagen, so komm, wir machen einen One-Shot für das Warhammer-Rollenspiel. Ich habe mich die Tage hingesetzt und habe mir eine kleine Geschichte überlegt. Das heißt also, ich bin heute Abend oder je nachdem wann ihr es hört, euer Spielleiter. Und wir werden mit Sicherheit das ganze Spiel auch nicht so hundertprozentig nach den Regeln spielen, sondern wir haben auch wieder hier die Regel, der Rule of Cool, das was cool ist, das versuchen wir auch irgendwie umzusetzen und gucken dann nicht ganz so auf die Regeln. Also von daher, ja, lehnt euch zurück und ich würde sagen, steigen wir doch mal ein. Phil, du hast vorhin schon mal so anklingen lassen, von wegen so dein Charakter. Wen, was spielst du? Genau, genau. Also ich spiele Olek aus Kislev. Olek. Ein, ja, ich verdinge mich im Imperium als, ja, als Mietling sozusagen und bin aber eigentlich im Auftrag der Zarina unterwegs und suche nach Verbündeten im Kampf gegen das Chaos. Nice. Wollen wir mal gucken, ob du es heute mit dem Chaos zu tun bekommst. Ich denke, da könnte vielleicht irgendwie was dran sein, aber das sehen wir gleich. Da wartest du noch mal eben so ein bisschen. Okay, dann frage ich den Hauke. Sag mal, wen spielst du? Also, ich spiele Philou Bon-Arient. Philou Bon-Arient oder in der Sprache des Imperiums, also im Reichsspiel, würde er Tug-Tunig-Gut heißen, ist ein Förster aus Bretonnia, der aufgrund einer Relation amoureuse mit der dortigen Gräfin die Grafschaft besser hat verlassen müssen und jetzt durch das Reich zieht und dort als Geschichtenerzähler und, ja, als higher sword sein Geld verdient. Er ist ein ungeheuer charmanter Typ, also ein Herzensbrecher, würde ich sagen. Und damit ist er das grobe Gegenteil zu mir halt. Ich bin ein Knochenbrecher. Aber er ist sehr charmant und kann sehr gut mit Menschen umgehen. Er erzählt wunderbare Bretonische Sagen. Er spielt auch super die Flöte. Allerdings singen kann er gar nicht halt. Das ist ihm halt nicht so klar, dass er nicht singen kann. Aber hin und wieder wird man ihn wohl daran erinnern müssen. Pivi, ich habe deinen vorgefertigten Charakter. Allerdings habe ich gleich eine Beschwerde, die ich vorbringen muss halt. So beschwere er sich. Also kurze Frage. Zunächst einmal, was ist mit Sprachen? Können wir einfach Sprachen oder? Ja, also ich habe erst mal so geguckt von wegen, also ich sage mal so Reichländisch könnt ihr alle. Das ist total Standard. Dann habt ihr natürlich eure Sprachen bekommen in der Weise, wie ihr sie gebrauchen könntet. Und mehr auch nicht. Wenn du noch eine weitere Sprache dazunehmen möchtest, so sei es dir gestattet. Okay, weil ich denke Phil trifft das gleiche Problem. Das Phil ja natürlich auch kislevitisch spricht. Ich vermutlich bretonisch. Und wir beide aber so mehr oder minder halt auch im Reich zurechtkommen. Im Reichsspiel halt. Ja, ja, genau. Das ist durchaus die Standardsprache. Die kann jeder quasi. Dann hast du bei der Charaktererschaffung, hast du mir ein Kurzbogen überlassen. Ähm, das ist für Breton ja eine außergewöhnliche Waffe. Typischerweise tragen die Bretonen, insbesondere die Förster, äh, Langbögen. Von daher ersuche ich darum, eine Bitte an den Spielleiter, einen Langbogen bekommen zu dürfen. Wir haben noch nicht mal angefangen zu spielen und ihr fangt schon an zu feilschen, ihr Penner, ey. Echt, ey. So ist das. Jetzt muss ich ja mein dickes Regelbuch wieder rausnehmen. Mathis sagt von wegen, wir haben keine Zeit. Der muss morgen wieder auf Maloche. Und jetzt muss ich euch hier wieder was raussuchen hier, ey. So, also einkaufen mit Hauke. Gehen wir einkaufen. Ah, einkaufsführer. So, du möchtest einen Langbogen haben, hast du gesagt. Genau. Okay, dann trage den mal ein als Langbogen. Ja. Äh, bei TP hast du dann 3. Ja. Äh, Reichweite wäre 100. Ja. Und bei Schaden machst du plus STB plus 4. Sagen mal. TP 3. Reichweite 100. Schaden plus 4, ne? Ja, genau. Richtig. Alles klar. Gut. Muss ich Geld noch irgendwie dafür auszahlen? Vertrau mir, du brauchst kein Geld. Okay. Das hört sich nicht an. Okay, aber wenn wir schon mal da... Ich fang jetzt nicht an, hier mit euch zu feilschen. Wenn wir schon mal dabei sind... Ja, okay, nein. Ich geb mich zufrieden mit meinem Kriegshammer. Ist ja keine schlechte Wort. Ja, Alter, das ist Warhammer. So. Auf der einen Seite brauchten wir halt Warhammer und auf der anderen Seite vertraut mir, ich hab euch Waffen gegeben, die ihr benutzen könntet. Ja, okay. Ne? Alles klar. Okay, so. Nach dem kurzen Exkurs in die Regelwelt von Warhammer Fantasy... Oh, Mathis nicht vergessen. Mathis, sag mal, wen hast du dir denn so überlegt, wen du spielen willst heute Abend? Ja, ich spiele den guten Johann, ein Einheimischen. Ich glaube, wir sind in, wie heißt das, Übersreik, hier und heute zu Gast zu Hause. Johann ist, ja, nachdem Hauke das ja so blumig vorgetragen hat, würde ich ihn als Kleinstentrepreneur bezeichnen, ein Lebemann, Überlebenskünstler, Händler, Kleinstunternehmer, jemand, der in den Straßen von Übersreik unterwegs ist und so sein Geld verdient mit guten Gelegenheiten, die sich bieten. Hast du aber schön gesagt, mit guten Gelegenheiten, die sich so am Rande irgendwo halt bieten, so in die Richtung sehr schön. Alles klar. Okidoki. So, du hast also den Johann, hast du gesagt. Johann. Auch so ein typisch geiler Name für so ein Spiel, ne? So, dann würde ich dann sagen, das könnt ihr natürlich leider jetzt nicht so unbedingt sehen. Ich habe für den heutigen Abend, für den One-Shot, habe ich zwei Karten gebaut. Diese Karten würde ich euch auch dann dementsprechend zur Verfügung stellen. Die laden wir dann vielleicht bei uns auf der Internetseite hoch, sodass ihr euch die dann einfach kopieren könnt, wenn ihr denn auch mal sagt, hey, ich möchte das vielleicht auch mal nachspielen und möchte mal gucken von wegen so, wie denn bei mir die Story heute, die wir spielen, ausgegangen ist. Habt ihr die freie Verwendung im Prinzip dafür, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ok. Habt ihr noch Fragen im Vorfeld, ihr drei? Lass knattern. Lass knattern. Ok, alles klar. Genau. Eine Frage hätte ich noch, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber bei mir in dem Punkt Lebenspunkte fehlt ein Wert für Robustheit. Ist das richtig? Ja, das ist erstmal richtig. Ok, ok, alles klar, weil ich habe das nur gesehen bei Hauke, der hat Robustheit und ich nicht und deswegen dachte ich hm, aber gut. Das lag wahrscheinlich bei Hauke noch dran, dass er, dass da noch ein Wert drin stand für die schwere Panzerplatte, die er eigentlich getragen hat, wo ich ihn als Bretonischen Ritter ausgeschrieben habe, den er ja gar nicht gemacht hat. Also von daher, das gehört wohl dazu. Ok. Ok, alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir in die Geschichte und mal gucken, wie weit ihr denn da dementsprechend kommt. Phil, für dich ist es ein Abend, den du dir eigentlich hättest lieber auch erspart. Es regnet Hunde und Katzen draußen. Der gesamte Weg auf der Straße hin nach Übersreik ist sowas von vermatscht und ausgetreten, dass du eigentlich lautfluchend durch die Gegend läufst und dich aber quasi so ein bisschen beeilst, weil die Blitze und der ganze Donner, der jetzt auch da mit runterkommt, dir sagt, dass du dir schnellstmöglich eigentlich einen Unterschlupf suchen solltest. Und da kommt es dir ganz gelegen, dass du einige hundert Meter vor dem Stadttor von Übersreik auf eine der letzten Tavernen, die vor der Stadtmauer errichtet wurden, darauf zukommst und du siehst aus den Fenstern der Taverne Licht und du hörst leises Flötenspiel. Und du näherst dich der Taverne und betrittst die Taverne vom Norden aus. Und sogleich stehst du in einem Raum, wo du dir denkst, von wegen diese Taverne hat eigentlich auch schon sehr viel bessere Tage gesehen. Du stehst mitten auf einem ausgetretenen, zerschlissenen, mit Löchern übersäten Läufer und es riecht, als ob du irgendwo in der nächsten Absteige direkt bei den Stellen quasi schläfst, als ob du quasi Ochsen bei dir hast. Und diese Ochsen, sagen wir mal, das einzige sind, was dir Körperwärme bietet. Hinter dem Tresen steht ein, man muss es eigentlich wirklicherweise sagen, ein sehr hässlicher Wirt mit einer gekrümmten Wirbelsäule. Und das eine Auge hängt so ein bisschen sehr tief im Gesicht rum. Also irgendwas ist da mal passiert. Also ob der mal irgendwie so einen Augenhöhlenbruch hatte oder irgendwie was. Aber auf jeden Fall weißt du jetzt, warum diese Taverne zum krummen Björn heißt. Die wird schlagartig klar, warum diese Taverne die letzte ist hier außerhalb der Stadtmauern von übers Reich. Weil alles, was du hier siehst, ist, sagen wir auf gut Deutsch gesagt, Gesindel. Der Boden ist dreckig. Es fliegen teilweise Becher durch die Gegend. Und die ersten Rangeleien haben auch schon stattgefunden weiter hinten in der Taverne. Und als du die Taverne betrittst, siehst du einen, ja sagen wir mal, einen sehr charmant aussehenden jungen Mann, der auf seiner Flöte spielt, der am Feuer sitzt. Und der Wirt aber beguckt dich die ganze Zeit mit einem, sagen wir, sehr schiefen Auge. Die ganze Taverne ist voll mit Rauch. Also du kannst das gebellt gar nicht sehen, weil da so viel Rauch drin ist, weil die da die ganze Zeit ihre Pfeifen anhaben. Und wahrscheinlich hat auch der Kamin durchaus mal eine Reinigung nötig, die sich wahrscheinlich der krumme Björn dann auch nicht irgendwie leisten könnte. Hey, sag mal, Junge da vorne, der da reingekommen ist. Regnet's draußen oder was? Komm mal ran hier, komm mal ran hier. Und mit seiner flachen Hand haut er so vorne auf den Tresen hier dran. Rani, ich bin der Björn. Wer bist du? Bei Ursum. Was ist das hier für ein heruntergekommenes Geschäft? Ich bin Olek. Habt ihr wenigstens Bier? Du siehst, wie der krumme Björn dich erstmal schief anguckt. Geht so ein bisschen in die Hocke und haut dir so einen Humpen, abgestandenes, schales Bier einfach so oben auf den Tresen drauf. Beugt sich so rüber zu dir und sagt, Ey, beleidigst du noch einmal meine Taverne? Zieh dich über den Tresen, du junger Vogel. Ja, ich nehme den Humpen und setze erstmal an und trinke ihn direkt auf X aus, weil ich quasi seit mehreren Tagen nichts zu trinken hatte und mir gerade alles gelegen kommt, was irgendwie Flüssigkeit beinhaltet. Ja, saufen kannst du also, wie so eine Bergziege. Kannst du auch zahlen? Mach drei Groschen hier. Los. Ja, ich wühle so ein bisschen in meinem Beutel rum und krame zwei Groschen raus und leg ihm zwei Groschen hin. Mehr ist dieser komische Trunk nicht wert. Für den Spruch kriegst du eigentlich aufs Haus. Schmeißt du nochmal so einen Humpen oben drauf. Und zeigt hinten in die Ecke, wo der Flötenspieler sitzt, da ist nämlich nur noch ein einziger Platz frei. Ansonsten ist diese Taverne wirklich noch gerammelt voll und zeigt dir hinten in die eine Ecke am Feuer, wo noch so ein alter Schemel steht an so einem, naja, sagen wir mal halb zerbrochenen runden Tisch. Also er zeigt jetzt da hin und sagt mir so, geh da mal hin, oder was? Ja, er sagt dir von wegen so, also quasi in dem Fall von wegen, wenn du dich hinsetzen willst, ist das der einzige Platz, wo du dich hinsetzen kannst. Ich bin selbst ein sehr musikbegeisterter Mensch, der sich generell für alles, was mit Musik zu tun hat, begeistern kann und fang an so ein bisschen auf dem Weg dahin so ein bisschen zu tanzen, weil dadurch, dass ich so lange nichts zu mir genommen habe, bin ich auch schon direkt von dem ersten Humpen so ein bisschen angeduselt und fang direkt an so ein bisschen einzustimmen. Gislev, Gislev, werft das Chaos an die Wand, Gislev ist ein schönes Land, ha, 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 hey! Johann sitzt ein bisschen natürlich dort in der Ecke, so ein bisschen vom Feuer abgewandt, dass man ihn nicht gleich erkennen kann. Äh, Mathis, dein Charakter sieht, wie plötzlich ein Gislevite mit, ähm, ja, den ersten beschwipsten Hüftbewegungen sich langsam in deine Richtung bewegt. Oh, das sieht nach einer guten Gelegenheit aus, denke ich mir. Versuche mal die Richtung, äh, dieses Bären abzuschätzen. Sehe wahrscheinlich, dass er, äh, in Richtung dieser, dieses, äh, verkappten Kleinkünstlers steuert und denke mir so, hm, das könnte ja interessant sein oder interessant werden. Erhebe mich langsam, gehe rüber zu Björn und sage, Björn, mein Freund. Was ist los? Mein Humpen ist leer. Ja und, sehe ich aus wie ein Wirt oder was? Ich seufze tief, lehne mich mit dem, drehe mich einmal um, lehne mich mit dem Rücken an den Tresen und sage, dein Sinn fürs Geschäft, ach, was sage ich überhaupt, ja, mach mir voll, du Ochse. Na, na gut, nur weil wir uns ja schon so lange kennen hier, komm mal her, hier, so und dann holt wieder so einen dicken Humpen. Aber diesmal ist der Schaum oben stabil, scheint also gerade relativ frisch gezapft worden zu sein. Ich danke dir, mein Bester. Und? Meinst du noch mehr arme Seelen unterwegs diese Nacht? Das Wetter ist ja grauenhaft. Ich will nicht hoffen, dass irgendwelche Schweine von den Altdäufer Wachen hier rankommen und so weiter. Die sollen sich verpissen hier aus der ganzen Geschichte. Die zerstören immer nur die ganze Kundschaft hier und, he, he, Kundschaft hier, siehst du das Blut hier vorne auf dem Tresen? He, 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 das ist doch von Günther von letzter Woche, als die Altdäufer hier angekommen sind und den kurz auf dem Tresen mit dem Kopf gestördelt haben. Mann, 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 ey. Die hauen einem das Geschäft kaputt, das sage ich dir. Ja, ja, die da oben, die wissen einfach nicht, wie es uns geht. Da hast du recht, mein Freund. Naja, hier bitte, ich schiebe ihm den Groschen rüber, was auch immer das hier kostet. Ja, für dich, für dich ein Groschen. Ja, siehst du. Und dann bewege ich mich mal hinter dem Bären her und schaue mal, was der Flötenspieler da, der Panflötenspieler und der Tanzbär noch so im Petto haben. Ich versuche mal zu taxieren, wie sieht der Kislewit da aus? Wie ist der groß, breit? Wie habe ich mir den vorzustellen? Phil, erzähl ruhig. Wie sieht dein Kislewit aus? Ja, also mit dem Bären kommst du schon ganz gut hin, weil nach der alten Tradition der Kislewiten hat er mal einen Bär selbstständig erlegt. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt diesen Bärenmantel, den ich über den Schultern trage, tragen darf. Weil, ja, es wäre sonst quasi ein Frevel gegen Ursun, an den er ganz fest glaubt. Das ist quasi seine Gottheit. Und dementsprechend ist er relativ groß, also ist jetzt kein Riese, sondern mehr so 1,80 vielleicht. Und hat, sag ich mal, ist schon kräftig, aber eher, also hat sich ein ordentliches Winterfell angefressen sozusagen. Also nicht so der Muskel-Herkules, sondern eher halt so der, ja, wie man sich halt so einen richtig kräftigen LKW-Fahrer vorstellt. Und dementsprechend kannst du wahrscheinlich noch links und rechts neben mir, neben mich blicken und auch über mich, ohne dass ich dir zu viel Sicht quasi auf den Panflötenspieler verderbe. Alter, es tut mir leid, aber ich halte das nicht mehr raus. Du spielst also Oleg, den Fernfahrer aus Kistelf. Supergeil. Ja, so kann man sagen, so kann man sagen. Philo, zu dir, während sich Johann und Oleg so ein bisschen abschätzen irgendwo von wegen so, wer ist er, wo kommt er her und was will er von mir, kommt zu dir plötzlich, sagen wir etwas näher, ein sturzbetrunkener älterer Mann mit, sagen wir, sehr wenig Zähnen im Unterkiefer. Und der schielt auch so beim Gucken. Ja, also der guckt dich an und sagt, äh, sag mal, kannst du, kannst du das, kannst du das spielen hier, dieses, hü, hü, und versuch dir irgendwie so eine Melodie vorzupfeifen. Und du denkst nur von wegen so, oh mein Gott, wer ist er denn? Und sagen wir, er riecht auch schon, schon, sag, etwas sehr streng, aber er versucht dir wirklich mit einer sehr, sehr feuchten Aussprache, dir dieses Lied beizubringen, was er irgendwo mal gehört hat, am Hofe von, was er dir erzählt, ähm, weiß nicht, ob es jetzt wirklich wahr ist oder so, aber er möchte ganz gerne, dass, dass, dass du dieses Lied spielst. Sag, mon ami, mon ami, was ist denn hier überhaupt los? Ich versuche die ganze Zeit hier meine Geschichte vorzutragen. Zunächst kommt einer durch die Tür, brüllt am Tresen rum, dann rennt hier noch so ein anderer offenbaren Einheimischer durch die Gegend und stört. Ist eigentlich überhaupt irgendjemand an meiner Geschichte interessiert? Was soll denn das? Mein Freund, ich spiele nachher gerne dein Lied, aber zunächst einmal lass mich meine Sage vortragen. Was für ein Ding? Er sollst du jetzt spielen? Kennst du ihn doch, kennst du ihn doch hier? Ja, ich stehe auf, raufe mir den Spitzbart und die Haare und brülle quer einmal quer durch die Kneipe, so kann ein Künstler nicht arbeiten. Dann brülle ich zum Wert, gib mir Bier und geh zu den beiden am Tresen. Totenstille plötzlich in der ganzen Kaschemme. Alle gucken dich an und keiner sagt ein Wort. Selbst der krumme Björn guckt dich an und es dauert so 21, 22, 23. Bis die ganzen besoffenen Leute sich plötzlich wieder die Köpfe zusammenstecken und irgendwie lauthals brüllen und lachen und sich gegenseitig irgendwie auf die Schultern klopfen. Und Björn stellt dir so völlig so auch so einen Humpen einfach hin, ohne irgendwas zu sagen. Ich gehe mal auf den Feinherrn zu und sage, Monsieur, ich glaube, ihr überschätzt euer Publikum ganz gewaltig. Das Publikum ist mehr an Musik interessiert als an irgendwelchen Herzschmerzgeschichten. Ich meine, guckt euch die Deppen doch mal an. Ich meine, selbst Hinnack hier, ich schiebe den Hinnack mal so ein bisschen. Hinnack, komm, setz dich mal wieder zu deinem Bier, ist gut jetzt. Ja, ich gehe ja vorne her, kommst gleich nach. Ja, ja, ist gut, ist gut. Und Monsieur, setzt euch hier. Kann ich euch, oder bevor ich frage, was macht denn ein Monsieur wie ihr bei diesem Wetter hier in diesem Etablissement? Oh, welch Freude, einen zivilisierten Mann zu treffen. Ich setze mich gerne zu euch und dann setze ich mich hin mit meinem Bier und halte meinen Geldbeutel fest. Der krumme Björn lehnt sich zu dir rüber mit seinem fetten schwabbeligen Bauch und hat so seinen Trippelkinn so, das wackelt so beim Reden. Jetzt, wo er so tiefer kommt, guckt dich an, Philu, und sagt, äh, sag mal hier, also wenn du was spielen willst, dann mach mal was Vernünftiges, ne? Nachher kommen wir durch irgendwelches Erzählereichen und Gattgeschichtchen und so weiter und so fort, kommen die Altdorfer nachher hier wieder rein und nehmen mir die Laden wieder auseinander und machen mich nachher wirklich endgültig dicht. Da hab ich keinen Bock drauf. Also hier gleich zack, zack auf die Bühne und dann fängst du an zu fiedeln hier. Ja, mir ist mittlerweile auch aufgefallen, dass die Musik plötzlich ausgesetzt hat. Also ich war eigentlich bis jetzt noch so in ganz guter Laune und dachte so, Mensch, hier kann man ja richtig schönen Abend verbringen. Und deswegen drehe ich mich mit einer ausladenden Geste so in Richtung von Philu und Johann und frage, was ist passiert? Wo ist die schöne Musik? Warum hast du aufgehört? Mach doch weiter. Leicht überfordert blicke ich mich in der Gegend herum. Springe dann auf den Tisch und mit einer Geste voller Theatralik und Dramatik rufe ich halt, was soll ich denn tun? Soll ich für euch spielen, meine Freunde? So will ich das gerne tun. Das Lied der schönen Estalierinnen. Doch wenn ich nicht spielen soll, so lasst mich doch in Frieden mein Bier trinken. Ich möchte ganz gerne, dass du mal den ersten Wurf des Abends heute machst, Hauke. Und der geht auf Athletik. Das heißt, du nimmst deinen W100 und würfelt jetzt im Prinzip, sagen wir mal, unter deinem Wert von Athletik. Okay. Ich habe 47. Unter oder gleich unter? Nee, du musst unterwürfeln. Okay. Ich möchte sagen, dass ich auf die Fresse falle. Ich habe eine 66 gewürfelt. Eine 66, das finde ich schön. Just nachdem du gerade auf diesen Tisch raufgesprungen bist und hast deine theatralischen Worte von dir gegeben, merkst du plötzlich, wie eines dieser Tischbeine unter dir nachgibt und plötzlich auch das andere Tischbein unter dir nachgibt und es dauert keine zwei Sekunden, da brichst du mit der ganzen Klamotte lautstark, brichst du quasi mitten in dieser ganzen Taverne zusammengekrachend auf den Boden. Schon wieder Stille. Alle gucken dich an. Ich nutze diesen Moment, diesen Moment der Stille und fange laut an zu klatschen und rufe Bravo, Bravo, mehr davon. Hinnack, Hinnack, sieht, dass du gerade klatscht, Johann, ne? Und er sagt, ja, genau, so wie Johann sagt, Applaus für den Baden hier. Alle quengern zu klatschen, schmeißen die oben in die, mach nochmal, hörst du im Hintergrund, mach nochmal. Alle völlig aus dem Häuschen. Jetzt hast du die Menge so ein bisschen in deinen Fingern. Ich beuge mich zu, wie heißt der, Filou? Ich beuge mich mal zu Filou runter, gib ihm eine Hand zum Aufhelfen und raune rüber. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit aufzuspielen, Bade. Irgendwas mit großen Hupen und viel Wein. Ich ergreife die Hand, blicke halt Johann an und man kann eigentlich mein Gesicht ablesen, dass ich glaube, eine verwandte Seele gefunden zu haben, die weiß, wie man sich in solchen Umgebungen halt gibt. Und dann möchte ich gerne aufspielen zur lustigen Estalierin halt. Okay, du fängst an, auf deiner Flöte alles rauszuholen, was rauszuholen geht. Der krumme Björn legt sich so zu Johann rüber und sagt von wegen so, bleibts dabei? Was denkst du denn? Ah, ich dachte schon, du hast es vergessen, aber dann ist ja gut. Hier, hier, Oleg, du wolltest auch noch ein Bier haben, komm mal, schmeiß dir wieder so einen Humpen da drauf, während die Menge im Hintergrund am Klatschen ist. Und, Hauke, du hast das Gefühl, dass sogar irgendwie ein oder zwei dieser Pappkameraden, die da sitzen und eigentlich, sagen wir mal, schon den kompletten Verlust der Muttersprache erlitten haben, so ein bisschen deinem Lied folgen können und du hast auch so den leisen Verdacht, dass der eine oder andere das sogar mitsingt. Hat zufällig der gute Oleg eine Mütze oder sowas auf? Ja, eine Fellmütze. Ja, ich schnappe mal Olegs Fellmütze von der Rübe und drehe die mal um und laufe mit der Mütze durch die Reihen, um mal ein bisschen was zu sammeln. Du weißt schon, dass es eine Taverne ist mit armen Schluckern, sagen wir mal, die das Niedrigste der Niedrigeren im Übersreich sind. Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Dann gib mir mal einen Wurf auf Einschüchtern. Ich spiele wohl nicht so gut. Um das Ganze zu unterstützen, habe ich eingesetzt mit einem kieslewidischen Tanz, passend zur Melodie. Ich habe auch noch Charme und Gerissenheit. Ja, du darfst es auch gerne auf Charme machen. Das ist mir gleich. Wo finde ich denn Einschüchtern? Ah, Einschüchtern. Ne, ich mache auf tatsächlich doch auf Einschüchtern, da bin ich besser. So, Versuch auf die 6, auf die 38 und ich habe eine 16. Das ist ein, sagen wir mal, ein schwerwiegender Erfolg. Also, du gehst mit deiner Fellmütze rum und du guckst nur den Leuten kurz in die Augen und atmest einmal kurz durch und machst mit deinen Augen quasi so von deren Augen in den Hut geguckt und wieder nach oben und wieder in den Hut geguckt. Und allein diese Geste verstehen die Leute, um ihren letzten Groschen, den die haben, nicht in ein Bier zu versenken, sondern in den Hut von Oleg. Ja, danke. Danke für den Künstler. Danke. Freunde, danke. Ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Danke. Danke, danke. So, nachdem ich rumgegangen bin, schütte ich mal den Inhalt der Mütze auf den Tresen. Ja, und hast du ein W20 zur Hand gerade? Sonst würfel ich für dich. Ja, sicher. Würfel mal ein W20. Ich habe sieben. Dann hast du sieben Groschen gerade eingesammelt. Ja, dann stecke ich mir fünf Groschen ein und zwei an, drücke, wenn Filou da fertig ist, drücke ihm die zwei Groschen in die Hand, nick ihm zu und sage, ich glaube, wir kommen aus, mein Freund. Ich glaube, wir kommen aus. Miese Scheiße. Bekomme ich das mit? Nein, du bist völlig verzückt, dass diese ganzen zahnlosen Gesichter dir irgendwie zujubeln und auch wenn sie kein Bretonisch können, dir versuchen, irgendwie annähernd in der bretonischen Sprache das Lied mitzutrellern. Bevor Johann das Geld rüber wachsen lassen kann an Filou, halte ich so seine Hand fest, nehme mir eine Münze von den beiden und sage, würde das Volk von Kislev und stecke sie mir so in die Jacke. Ja, ohne die Mütze wäre es ja nicht gegangen. Ist schon richtig, schon richtig. Ist schon recht, ist schon recht. Der krumme Björn linkt sich jetzt so zwischen Olek und Johann und sagt von wegen, ja, und bei mir? Was kriege ich jetzt von der ganzen Scheiße hier ab? Wieder nix, ne? Ich muss hier gucken, von wegen. Da habt ihr gerade meinen Leuten hier das letzte Geld rausgezogen, womit ich wunderbar hätte Bier verkaufen können. Ganz toll, ey. Ehrlich. Ihr wisst, wie man Geschäfte kaputt macht. Ach Björn, hör doch mal auf zu jammern. Ach, Johann, das ist kein Jammern, das ist einfach Existenz ist das doch. Das müsstest du doch ganz genau wissen, Junge. Das ist doch Existenz wichtig. Björn. Johann. Ich will ja mal nicht so sein. Lass uns nochmal überlegen. Eine für den Kisleviten für seine Mütze, zwei für unseren Kleinkünstler hier, dann habe ich noch eine für dich. Für deine Auslagen, für die Miete, für dieses, ich glaube auf Bretonisch sagt man Etablissemeng. Etablissemeng, ja, für dieses Haus hier und gut, gut, gut. Ja. Also du schiebst gerade Björn so einen Groschen so mit dem Finger so über die, über den Tavernentresen, als plötzlich die Tür aufgetreten wird. Ich seufze. Björn guckt zur Tür und macht, nicht schon wieder. Und hereinkommt eine kleine Wachmannschaft der Altdorfer Wachen, die ja momentan in Übersreik, sagen wir mal, die Polizei spielen, die Wache spielen. Sie, in Anführungszeichen, sorgen sie sich um die Leute, denen es nicht so gut geht und in Anführungszeichen sorgen sie für Recht und Ordnung. Und hereinkommt ein kleiner, untersetzter, für einen Menschen doch sehr kleiner Anführer dieses Trios. Und im Hintergrund sind zwei größere, na, wie soll ich sagen, haben so die Ähnlichkeit von Schlägern, tragen aber die Altdorfer Farben, dieses Rot und dieses Blau. Und schieben zuerst so ihre Pieken so unter den Türsturz so durch und stehen dann plötzlich so mitten auf diesem zerwetzten, abgehalfterten, roten Teppich, der im Eingangsbereich liegt. Und plötzlich ist wieder Stille. Und jetzt erhebt dieser kleine Anführer, in Anführungszeichen, erhebt jetzt seine Stimme. Mein Name ist Roderich Unterberger. Ich will keine Witze über meine Größe hören und zeigt sie mit dem Finger so in die Runde. Und kommt plötzlich mit dem Finger bei Olek zum Stehen und sagt von wegen Olek, hier, ne, so. Du da, von dir will ich gar nichts hören. Und du da hinten, mit der Flöte, du hörst auf zu spielen. Und dann dreht er sich um zum krummen Björn und fragt ihn so von wegen so. Björn, ich habe dir jetzt schon 15 Mal gesagt, dass diese Taverne ab sofort geschlossen ist. Es werden keine Gebäude außerhalb der Stadtmauer von Übersreik geduldet. Ja, das hast du mir schon mal gesagt, Zwerg. Aber wie soll ich dann sonst mein Geld verdienen? Zwerg? Wieso habe ich gerade Zwerg gehört? Ich bin ein Mensch! Und er stampft so wie so ein kleines Rumpelstilz. Den stampft er so mit einem Bein, stampft er so auf. Und Hauke, Philo kriegt von da hinten, wo er gerade sitzt und wo er aufgespielt hat, kriegt er zwar das mit, dass diese beiden reingekommen sind, aber du kannst auch nicht ganz fassen von wegen, warum sind jetzt plötzlich die Altdorfer Wachen da? Habe ich mitbekommen, dass er gefordert hat, dass ich aufhören soll zu spielen? Das hat er ziemlich deutlich durch den Raum gerufen, ja. Ja. Dann höre ich ja logisch, also habe ich aufgehört zu spielen? Weißt du schon sagen. Das musst du sagen. Aber ich habe das ja trotzdem so ansatzweise mitbekommen, dass er da jetzt rumnervt, ne? Ja. Gut, da er ja forderte, dass ich aufhören soll zu spielen und dass es keine vernünftige Begründung gab, fange ich jetzt erstmal an, lauter zu flöten. Ich spiele einfach mal die achte Strophe des Liedes der lustigen Estalierin. Das spiele ich jetzt im verschärften Atempo. Schau den Zwerg an und gucke auch mal, wo denn der nächste Bierkrug eigentlich steht. Und ich fange natürlich an, in dem steigenden Tempo total angeheizt weiter zu tanzen dazu. Und immer wilder zu tanzen. Das macht den Roderich Unterberger natürlich nicht gerade wirklich, ähm, ja, ruhiger in so einer Situation. Ihr seht plötzlich, wie er so langsam, aber sicher so einen roten, angeschwollenen Hals kriegt, der sich dann quer über sein, äh, von der Farbe her über sein Gesicht her ausbreitet. Und er streit da rum und, äh, äh, sagt, du und du und hier und da und das, du hörst auf damit und guck mich nicht so blöd an. Bis da plötzlich seien zwei Wachen, die im Hintergrund ja stehen, sagt von wegen, Jungs, die lernen's nicht, wie beim letzten Mal. Los, zerleg die Einrichtung hier. Und ihr seht plötzlich, wie diese wirklich Schränke von Männern anfangen mit ihren, mit ihren Pieken, dieses ganze Mobiliar auseinanderzunehmen. Packen sich teilweise, äh, Betrunkene, die in ihrem Weg stehen, packen die am Schlawittchen, schmeißen die aus der Taverne raus, einer fliegt durchs Fenster. Also da ist gerade richtig Action. Ich denke mir, oha, Zeit für einen dramatischen Abgang. Und, äh, schaue mich mal von meiner Position an der Bar. Ja. Um. Ich, äh, entnehme mal, äh, gegenüber befindet sich der Eingang, versperrt von diversen Keilereien. Gibt es so etwas wie Fenster oder, ich weiß nicht. Fenster, Fenster gibt es, aber der krumme Björn ist, äh, viel schneller in seiner Denke gerade als du und zupft dir so, so ein bisschen so unten am, am Hemdsärmel und, äh, deutet in die Richtung der Küche. Ja, ich, äh, lasse mich so über die Schulter, über den Tresen kullern, so einmal so, um hinter die Bar zu kommen, um dann, äh, Richtung Küche abzudampfen. Ja, okay. Das heißt also, du gehst hier, äh, wenn wir da jetzt mal so auf die, auf die Karte gucken, läufst du quasi von der Bar so in die Richtung, Richtung der Küche und der krumme Björn so humpelt, humpelt hinter dir her. Ähm, das sehen Olek und Filou sehen das gerade, dass sie sich so... Ach, ich kann ja sogar hier die Karte sehen, wenn ich da drauf drücke. Das ist ja... Ja. Das ist ja fancy. Tada, ja. Weißt du Bescheid. Aha, ja, gut. Ja, weißt du Bescheid, bist dahinter. Ja. Gut, also, danke, Entschuldigung. Ja. Ja, ja, also, in meinem Tanz suche ich den Blickkontakt zu, zu Filou, um herauszufinden, äh, ob er auch bemerkt hat, dass gerade, ähm, Johann mit dem, mit dem Barkeeper, äh, in die Küche verschwunden ist und blicke wieder zu Filou und blicke wieder zur Küche und blicke wieder zu Filou und blicke wieder zur Küche und blicke wieder zu Filou und, äh, versuche, äh, in seinen, in seinen Augen abzulesen, was, äh, ob wir jetzt hinterher sollen oder nicht. Okay, dann macht ihr beiden doch mal, Filou und Olek, macht mir doch mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Wahrnehmung. 39, ei, ei, ei. Ähm, ich hab 100... Ich hab 100... Du hast eine 100 gewürfelt. Nee, Moment, ich hab auf dem W, ich hab auf dem W, ich hab auf dem W, ich hab auf dem W 100 hab ich die Nullen und auf dem W 10 hab ich die 1. Ist das jetzt eine 1? Oder ist das eine 100? Ja. Das ist, das ist eine 1. Okay, hab ich eine 1 gewürfelt. Ja, okay. Kritischer Erfolg, oder? Das ist ein sehr, sehr kritischer Erfolg, ja. Hauke, was macht Filou? Ich hab eine 23, ähm, gegen 44. Ja, du bist sehr vertieft in deinem Spiel, ne, und sobald du deine Flöte spielen lässt und in deine eigene Welt abtauchst, dann kriegst du nicht mehr so viel drumherum. Aber vielleicht ist Olek ja gleich so pfiffig und zieht dich so ein bisschen so aus dem ganzen Trubel damit raus. Aber Olek, dir fällt auf, dass sich so, ähm, ja, Johann und der krumme Björn irgendwie in Richtung Küche aufmachen. Ja, als ich dann bemerke, dass Filou überhaupt nichts von der ganzen Sache mitkriegt, äh, laufe ich auf ihn zu, versuche ihn so unter seinem Arm, mit dem er die Flöte hält, so zu greifen, quasi, ne, so, so Arm in Arm zu greifen und ihn mit in Richtung Küche zu schleifen. Mhm, drumherum tobt voll das Chaos, ne, also jetzt haben sich nicht nur die Altdorfer Wachen mit den, mit den Säuflingen da, äh, in den Haaren, sondern alle haben sich irgendwie gegenseitig in den Haaren und hauen sich richtig auf die Mappe. Also da geht's, da geht's richtig ab, also da wird auch, da werden keine, keine Gefangenen gemacht, ähm, Leute mit, mit, mit Stühlen verprügelt, ähm, auf die Großen geht man komischerweise nicht so wirklich ein, weil da bräuchte man, ich sag mal, zwei, drei Leute mehr, damit die sich da vielleicht gerade mal um einen dann kümmern könnten, aber, ähm, naja, so gegenseitig, ne, also man nimmt sich halt denjenigen, der da auch, ähm, sagen wir mal, die eigene Kragenweite dann repräsentiert. Johann, du kommst mit dem krummen Björn kurz vor die Tür der Küche, als diese Tür plötzlich auffliegt. Und aus der Küche ungefähr zehn Skaven kommen, die am rumquieken sind, die ihre scharfkantigen und schartigen Messer völlig verrostet in irgendwelche Leiber von Altdorfer Wachen reinstecken. Und mitten in diese Taverne plötzlich ein paar Kugeln kullern lassen, die eine grüne Flüssigkeit enthalten und sobald eine von diesen Kugeln gerade geplatzt ist, explodiert diese komplette Taverne. Ich, äh, rufe, wahrscheinlich gelingt es mir nur noch kurz zu rufen, Björn, was hast du denn jetzt wieder für eine Scheiße gebaut? Und, äh, ja, was passiert dann? Also ich meine, da diese Dinger explodieren, ich versuche mir irgendwie, ich weiß nicht, kenne ich das? Weiß ich, was das ist? Äh, nein, du weißt noch nicht, was das gewesen ist, aber die Explosion, die jetzt in der gesamten Taverne jetzt an verschiedenen Stellen stattfindet, holt euch alle so vor die, äh, von den Füßen, dass ihr mit dem Hinterkopf aufschlagt und nur noch so in, in so einem, in so einem, ja, halbduseligen Zustand mitbekommt, wie viele plötzlich, ähm, durch Splitter, durch Bord, tot, zu Boden fallen und sich drei, vier, fünf, sechs Skaven den krummen Björn schnappen und den mit in die Küche ziehen. Und dann plötzlich ist er aus eurem Blickfeld verschwunden. Und dann wird's auf einmal dunkel um euch. Also das Feuer ist jetzt auch aus, oder wie? Nein, wir verlieren das Bewusstsein. Genau, ihr verliert, äh, kurze Zeit das Bewusstsein. Du Stratege. Das ist, wenn Piwi hier Dramatik versucht aufzubauen und Oleg fragt, so, was ist Licht aus oder was, hä? Ja, machst du hier ein komisches, komisches Ding, wo du schmeißt ein Holz in den Ofen. Riecht da ein Licht aus. Klik-Lack. Klik-Lack, genau. Als ihr ein paar Sekündchen wieder zu euch kommt, ist um euch herum gespenstische Stille. Ihr könnt zwar noch den ein oder anderen toten Skaven am Boden sehen, aber genauso viele Menschen seht ihr einfach mit Messern Dolchen erstochen, die teilweise auf den Bänken und auf den Tischen ja festgenagelt wurden, man muss es einfach so sagen. Und von der Altdorfer Wache ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Das heißt, die einzigen Überlebenden, die das jetzt gerade irgendwie überlebt haben, weil die Explosionen weit im hinteren Teil stattgefunden haben der Taverne, seid ihr drei. Und der Einzige, der euch sagen kann, was hier vor sich gegangen ist, wäre der krumme Björn, aber der ist leider nicht mehr aufzufinden. Das Einzige, was ihr nur noch wisst, ist, dass ihr das letzte Mal ihn gesehen habt, wie dieses Skaven ihn halt in die Küche gezogen haben. Ich versuche mich mal stöhnend aufzurappeln, denke mir nur, Björn, du Idiot, greife mal in meine Manteltasche und prüfe, ob meine Wertsachen noch da sind. Weißt du, da sind noch da? Die sind noch da, ja. Ja, das ist gut. Und dann schaue ich mich mal um, ob hier noch irgendjemand anders dieses Chaos überlebt hat. Hauke, was macht Philou in dem Moment? Ich blicke mich auch völlig verdutzt mit leichten Kopfschmerzen in der Kneipe um, schaue Johann an und mache das ebenfalls kontrollieren meiner Ausrüstung. Auch noch alles da, oder? Das ist alles da, alles gut. Ja, okay, gut. Dann stecke ich die Flöte weg und greife mir den nächstbesten Bierkrug. Ja, den kannst du auf jeden Fall packen. Genau, ist er noch voll? Da ist auf jeden Fall noch was drin, ja. Okay, dann nehme ich davon Schluck und gebe zu erkennen, dass ich vorhabe, hier Björn, der den gleichen Abgang machen wird, zu folgen und blicke auch noch mal nach anderen Leuten, die dann noch sonst noch stehen. Der Einzige, der sich jetzt noch gerade regt in dieser völlig zerstörten Taverne, ist Olek. Ja, ich wache auf und schiebe so die Holzsplitter und den Schutt von mir runter, die auf mir gelandet sind und huste erstmal kräftig. Da kommt noch ordentlich Schleim mit raus und setze mich auf und greife auch zum nächstbesten gefüllt aussehenden Bierkrug und nehme erstmal einen kräftigen Schluck. Ach, was war denn das, frage ich in die Runde. Gibt es bei euch oben an den Grenzen keine Rattenmenschen? Das Chaos wirft einige Gefahren uns entgegen, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Ja, komm, trink aus und lass uns schauen, was mit Björn ist. Ich ziehe mal meinen Dolch blank und versuche mal durch die Küchentür, ist das so eine Schwingtür oder ist das eine Tür? Also die Tür, das ist eine ganz normale Holztür, aber die Skaven, die da durchgebrochen sind, die haben das Ding so aus der Angel rausgetreten, dass du quasi einen normalen Durchgang hast und du in die Küche reingucken kannst. Ja, dann spähe ich mal in die Küche. Mhm. Die Küche findest du aus der Sicht, wo du dich jetzt gerade befindest, völlig zerstört vor. Du guckst auf den Boden und siehst, dass dort Erde aufgehäuft ist. Mhm. Also so einen guten halben Meter hoch Erde aufgeschüttet. Finde ich ein Loch im Boden? Ja. Da, wo damals hier in dieser Taverne eigentlich mal eine Falltür quasi in den darunter liegenden Eiskeller gewesen ist, klafft jetzt ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Und du kannst einen ganz, ganz leichten Schimmer, so glaubst du zumindest, von irgendeinem grünen Schein irgendwie ausmachen. Ich denke mir nochmal, Björn, dieser Idiot, seufze laut, gucke mir Filou und den russischen Traka an, den kislevitischen Hammerträger oder was auch immer. Ja, also trägt er irgendwie, also du sagtest, du hast eine Waffe, hast du das vorhin gesagt? Ja, ich habe tatsächlich untypischerweise einen Kriegshammer dabei, ja. Ja, so, los komm, Oleg. Ich vermute mal, die sind nach da unten in den Keller und haben Björn mitgenommen. Dieses Chaos gezücht. Schnell hinterher. Und ich bedeute ihm darunter zu gehen. Das Chaos für Gislev! Ich stürze mich wie ein wahnsinnig wild gewordener, wütender, tollwütiger Bär in dieses Loch hinein und mache mich darauf gefasst, da unten gegen irgendwelche Chaosbrut in den Kampf zu ziehen. Ich mache mir eine mentale Notiz mit, vielleicht wird der Tag ja doch noch was oder der Abend und schaue den Bretonen an. Tja, meine Güte, diese Kneipe ist völlig demoliert, da macht es auch keinen Unterschied mehr, ob wir da nun runtergehen oder nicht. Flüchten wir und suchen uns eine bessere Zeit. Und ich renne einfach jetzt dem Kisleviten hinterher, denn der scheint ja irgendeinen Plan zu haben. Man muss dazu sagen, Hauke, du bist auch noch nicht bezahlt worden für deinen heutigen Auftritt hier im krummen Björn. Also von daher, anscheinend schuldet man dir noch Geld. Ja, das habe ich auch nicht vergessen. Sehr gut. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um die finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Also ich ziehe keinen Krug oder keinen Dolch oder so, ich behalte einfach den Bierkrug in der Hand, trinke daraus auf einen Schluck und gehe dann so mit quasi den Arm erhoben. Auch in dieser theatralischen Geste von meiner Güte, was soll's, halt dann hinterher. Okay. Ich lasse die beiden mal vorgehen und folge dann. Ja. Damit wärt ihr auch schon in der zweiten Szene. Und zwar kommt ihr hier unten raus und ihr seht plötzlich, dass ihr kein richtiges Loch habt in der Küche, sondern das ist eher wie so eine Art Loch und unten drunter befindet sich eine Rampe. Das heißt, ihr könntet dort eigentlich rein, so gesehen, sehr einfach runterrutschen, ohne dass ihr abstürzen könntet und befindet euch dann in einem mannhohen Tunnel wieder. Und vor euch leuchtet es so grünlich vom Boden her zu euch hin. Und ihr hört im Hintergrund, hört ihr weit entfernt über, über, übers Echo zum Beispiel. Nein, lasst mich los, ihr Schweine. Au, ihr Schweine kriegt gar nichts von mir. Das werden wir noch sehen. Und so steht ihr in diesem Tunnelsystem. Ja, ich bin ja quasi vorgestürmt, weil ich allergisch auf alles reagiere, was irgendwie mit dem Chaos zu tun haben könnte. Und ich erkenne auch dieses grüne Licht, dass das irgendwelche Chaosmagie sein muss. Und deswegen, ohne großartig drüber nachzudenken, begebe ich mich einfach weiter vorwärts und folge den Stimmen. Ja, okay. Mach mir mal einen Wurst, äh, einen Wurst. Mach mir mal einen Wurf auf, äh, auf Wissen, Phil. Wissen. Hm. Wissen, Wissen, Wissen. Mal gucken, ob Oleg wirklich so intelligent ist. Ja, lass mich mal gucken. Wissen? Hm. Findest du unter Fähigkeiten. Meistens, meistens so Sachen, die relativ weit oben stehen, außer bei dir. Ha, 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 ha. Äh. Ich hab ja Tiere bezirzen. Nee, unter Spielwert, Wissen. Wissen, WI, als Spielwert, Wissen. Ach so, okay, alles klar. Mhm. WI, ach so, Spielwerte, alles klar. Ja. So, ich habe eine 20 gewürfelt und ich brauche eine 40. Sehr gut. Dieses grüne Schimmern, was dir, sagen wir mal, ähm, entgegenleuchtet, das kennst du, weil dieses grüne Schimmern von Bruchstücken von Morsstein kommt. Ja, also es ist ein Morsstein, der da unten jetzt quasi so vor sich hinglimmt. Und just als du diesem Morsstein entgegenkommst, siehst du plötzlich, wie Ratten so groß wie Hunde weghuschen. Ja, ich sehe die Ratten, erkenne die Gefahr und setze ihnen nah. Das heißt, du läufst weg. Finde ich gut. Das heißt, du gehst einen Schritt vor. Philo und so, die stehen hier quasi noch am Anfang. Also, als die runterkommen, ähm, diesen, 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 ja, abhangen muss man ganz ehrlicherweise sagen und, äh, die festen Boden unter sich haben, äh, bist du außer Sichtweite. Ich, ich sage zu den Bretonen, dieser Idiot, ich hoffe, er macht nichts, du bist. Los, ihm nach. Weiß ich, was dieses grüne Glimm ist? Ohne Wissenswurf. Du, du weißt definitiv, was das für ein Zeug ist. Ja, du weißt das auf jeden Fall. Ich versuche da einen, äh, großen Bogen drum zu machen. Ja. Ich halte mich einfach an das, was, was die Ortsansässigen sagen, die Einheimischen. Er sagt ihm nach, ich nehme meinen Bierkrug und renne einfach wie ein Irrer hinterher. Höre ich irgendwas? Ähm, ne, du hörst zwischendurch einfach nur noch so ein bisschen so ein Kratzen, ähm, zwischendurch so Zischlaute, Zischlaute, vielleicht mal so das ein oder andere, äh, Wassertröpfchen, was von der, äh, was von der Decke herkommt. Okay. Also irgendwie, die, die, die ungefähre Richtung ist ja klar, wo, wo, wo der, äh, Kislevite hingelaufen ist, ne? Ich renne da einfach auch wie ein Irrer hin. Einfach weg. Ja, ja, also ihr, ähm, folgt den Spuren im Prinzip und, ähm, stolpert plötzlich über ein angenagtes, altes Skelett. Was es für ein Mensch oder ein, sagen wir mal eine andere Art von Volk gewesen ist, könnt ihr leider nicht mehr wirklich beurteilen. Ähm, aber es liegt ja anscheinend schon eine ganze Ecke. Und die Spuren an den Knochen, ähm, könnten euch sagen, dass dort, sagen wir mal, ähm, etwas Größeres lauert. Oleg, du bist weiter nach vorne gelaufen? Ja. Ja, du kommst plötzlich, ähm, an eine Stelle, wo du, ähm, nach links oder rechts abbiegen könntest. Mhm. Ähm, ja, ich gucke, ich blicke nach links und nach rechts, äh, entdecke ich irgendetwas, ähm, was mich dazu bringen könnte, in eine der beiden Richtungen zu laufen, wie irgendetwas, äh, irgendwelche, irgendwelche Wesen oder? Ne, das ist jetzt wirklich für dich Glückssache, nach welcher Richtung du dich jetzt quasi orientierst. Du hörst immer noch im Hintergrund, ähm, übers Echo, kannst es aber nicht wirklich genau verorten, ähm, immer noch die Schreie vom krummen Björn. Und, ähm, die werden jetzt auch, sagen wir mal, etwas, ähm, äh, leidenschaftlicher. Durch die viele Bewegungen hat jetzt auch so ein bisschen der, äh, der, die Wirkung des Alkohols schon wieder nachgelassen, weil ich einen sehr starken, äh, sehr starken Metabolismus habe. Und dann entsinne ich mich, äh, meiner zwei Weggefährten, die hinter mir hergelaufen sind, ich hab die Schritte ja gehört, und, äh, drehe mich erst mal zu den beiden um, äh, und frage, und blicke sie fragend an, äh, was jetzt? Kann ich irgendwie, wenn ich horche, das ist durch das Echo nicht auszumachen, ne? Das, äh, nein, das, das kannst du, das kriegst du nicht hin. Das scheint von, von überall und, und nirgends herzurühren, ja. Sehe ich irgendwo Schleifspuren auf der Erde? Oh, da machen wir doch mal einen Wahrnehmungswurf. Tada. Tada. So, was war nochmal Wahrnehmung? Dada, 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 ich bin auf der zweiten Seite, ich muss 37, wir schauen mal. No, eine 61. Tja, so sehr du dich auch anstrengst, aber in diesem grün-fahlen Licht, was teilweise diese, diese kleinen Brocken von Morsstein da, ähm, die da, ja, anscheinend vielleicht fallen gelassen wurden, vielleicht aber wirklich als Lichtquelle dienen, ähm, siehst du überhaupt nichts, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass dort irgendwie eine Person langgeschleift wurde? Kann ich einen Intuitionstest machen? Was möchtest du damit, äh, äh, bewirken, Hauke? Ich, ich sehe ja, dass, dass Mattes da versucht, nach irgendwelchen Spuren zu suchen, oder sich zumindest umguckt. Und, äh, erscheint ja nichts zu sehen, denn ich sehe auch nichts. Nun versuche ich mich auf mein bretonisches Gespür halt zu verlassen und zu gucken, in welche Richtung wir denn müssen. Ja, ähm, da wäre, ähm, Intuition wäre eher so, andere Leute abzuschätzen, einzuschätzen, ähm, was deren Absichten vielleicht wären. Ähm, wenn, wenn du sowas machen willst, um Mattes da irgendwie so ein bisschen so aus der Patsche zu helfen, dann könntest du meinetwegen entweder mal auf Navigation gucken, was eigentlich eher so auch für, ähm, für Schiffe, Wagen und sich draußen in der freien Wildbahn irgendwie orientieren wäre. Ähm, könntest es aber auch vielleicht mit, ähm, Spurenlesen probieren. Also du siehst, dass Johann da gerade, ähm, dass Johann da gerade was am, am Machen ist. Ähm, und, äh, du weißt gerade nicht von wegen so, was denn wie und so weiter. Das mach doch mal mit Überleben zum Beispiel. Überleben. Das ist super, da habe ich einen Wert von 54. Da ist die Chance ja fast 50-50. Ja, Alter, warte, das mit Überleben haut nicht so wirklich hin. Ich habe eine 98 beworfen. Auch du. Einmal mit Profis. Auch du siehst, sagen wir mal, absolut gar nichts. Das heißt also, ihr seid auf euch drei alleine gestellt und müsst jetzt zusammen entscheiden, wo ihr denn jetzt lang geht. Links oder rechts? Ich nehme eine Münze und sage zum, äh, zum Bretonen, Linkskopf, Rechtszahl und werfe die Münze. Hui. Wir gehen rechts rum. Rechts rum? Das ist konsequent. Konsequent, okay, alles klar. Ähm, ihr geht dann also nach rechts. Ja? Ja, ich bin auf jeden Fall einverstanden. Und stapfe, genau, stapfe frohen Mutes, äh, nach rechts, äh, in die Richtung des nächsten leuchtenden, äh, Moorsteins. Ihr kommt, ähm, in eine kleine, ähm, ja, Aussackung, hätte ich jetzt fast gesagt. In einen kleinen, in einen kleinen Raum, der aber sich als Sackgasse empoppt. Und, ähm, ihr seid, sagen wir mal, relativ laut, äh, plötzlich in dieser Höhle. Und, äh, die ersten kleinen Ratten sind schon vor euch hergehuscht. Aber, als ihr in diese Kaverne reinkommt, in diese, ja, wie soll ich das sagen? Ja, Kaverne ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ähm, seid ihr auf, ähm, diverse Knochen getreten. Und das hat natürlich jetzt gerade, sagen wir mal, ähm, Riesenratten angelockt. Die jetzt sich nämlich gerade hier aus diesem ganzen aufgeschütteten Kram ausgeklauten. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das aus wie Material, was hier unten eigentlich nicht hingehört. Da sind, äh, Altdorfer, Zeichen sind da mit drauf. Da sind, äh, Runen von Zwergen sind da mit drauf. Und alles liegt hier schon etwas länger. Da sind schon Spinnenweben drauf und spinnen, äh, laufender Kreuz und quer oben drüber. Und eine dicke Staubschicht hat sich über die Sachen abgelagert. Aber was euch jetzt viel, viel mehr Sorgen macht, ist, ähm, dass sich zwei Riesenratten jetzt plötzlich auf diesen Berg aus Schutt oben aufstellen. Und die euch mit zwei riesigen blanken Zähnen aus ihrem Maul richtig schön gelbe Zähne ausanfauchen und machen sich zum Sprung bereit. Und damit haben wir die Initiative-Reihenfolge. Und zwar, ähm, erst kommt Hauke, dann kommt Olek, dann kommt Johann und dann kommen die Riesenratten dran. Okay. Die sind sogar noch schlechter als ich, Wahnsinn. Die sind noch schlechter als ich. Sei doch froh, dass die so sind. Ne? Okidoki. Hauke, was möchtest du machen? Ich brülle, äh, Monstrosität und schmeiß den Bierkrug auf eine Ratte. Ja, ähm, da würde ich dir sogar zugestehen, dass du deine ballistische Fähigkeit benutzen kannst. Cool. Ähm, gegen diese Ratte. Gut, der aktuelle Wert ist 39. Alter, 33. Damit hast du getroffen. Du hast so ein Schmackes drauf gehabt, dass du die erste Riesenratte mit dem Bierkrug, ähm, der muss wohl irgendwie metallverstärkt gewesen sein, so stark am Kopf triffst, dass du plötzlich einen Kracken hörst bei der Ratte und die fällt schlaff wie ein nasser Sack zu Boden und bewegt sich nicht mehr. Die hast du quasi gerade in einem Zug, hast du die gerade ausgenockt und tot gemacht. Läuft bei dir, Hauke. Das ist schön, das ist schön. Was möchte Orlek denn machen mit der zweiten Riesenratte? Äh, wie weit ist die denn von mir weg? Also bin ich da sozusagen, äh, kann ich da, äh, hingehen und draufkloppen, wenn ich das jetzt machen wollen würde? Ja, kannst du machen, auf jeden Fall. Ja, dann, äh, nee, dann schwinge ich meinen Kriegshammer und versuche die Ratte damit, äh, ja, zu zermatschen, zu zermalmen. Okay, und jetzt wird's nämlich ein bisschen anders, ähm, das nennt man jetzt nämlich einen vergleichenden Wurf, das heißt also, ich mach Kampfgeschick und du machst Kampfgeschick. Dann schauen wir doch gleich mal. Ich habe eine 53 gewürfelt und brauchte, und brauchte eine 58, also getroffen. Schon mal. Damit habe ich aber mehr Erfolgsgrade erzielt, weil ich zwei Erfolgsgrade erzielt habe, du nur einen. Also triffst du mich nicht. Mist. Weil ich zu schnell bin für dich gerade. Also die Ratte. Schockschwere Not. Passiert nix, passiert nix. Aber du könntest... Kann ich noch irgendwas machen, oder? Ähm, ja, du hast generell ja eigentlich zwei Aktionen, ne? Du kannst dich einmal bewegen und eine andere Aktion machen, so nach dem Motto, du könntest dich jetzt rein theoretisch wegbewegen. Ähm, musst du wissen. Äh, ja, also, ähm, ich, ähm, baue mich vor der Ratte so bedrohend auf, wie ich kann, und bleibe vor ihr stehen und blicke sie ganz finster an, mit ganz bösem Blick. Mhm, okay. Das kannst du machen, das ist kein Problem. Das kannst du gerne machen. So, dann wäre aber der Johann dran. Mathis, was machst du mit dem? Äh, ich versuche mit meinem Dolch zuzustechen, den ich ja schon gezogen hatte. Ja, sehr gute Idee. Und ich habe Nahkampf Standard 48. Mhm. Und, äh, ich würfel mal. 89. Nein, da treffe ich wohl nicht. Mit 89, sagen wir es mal so, nein. Ich habe auch nur einen Erfolgsgrad, du hast auch nur einen Erfolgsgrad, beziehungsweise gar nicht geschafft, also von daher, ähm, haben wir es beide, haben wir es beide verkackt und es passiert im Prinzip nichts. Du könntest, äh, da du dich jetzt aber gerade ja noch nicht bewegt hast, äh, könntest du gerne noch mal angreifen. Ja, dann mache ich das. Äh, 77, ne? Ich brauche nur andere Würfel. Ist ja Katastrophe hier. Ja, ja. 77, auch das funktioniert nicht. Nein. Okay, jetzt sind die, jetzt ist die eine überlebende Ratte aber noch eben dran. Ähm, die guckt sich den, äh, Kisleviten aus und möchte, äh, dich beißen. So viel, du musst deine W100 Würfel. Kann ich irgendwie 54. Okay, alles klar. Damit bist du ausgewichen, ich treffe dich nicht und damit hat sie den ersten, hat sie durch, dann versucht sie den zweiten noch mal, noch mal auf dich, versucht sie jetzt irgendwie noch mal irgendwie durch. Noch mal auf mich? Alter. Ja, natürlich, die ist, die ist angepieselt, ist die. Würfel mal. Hat eine 6. Ja, perfekt. Okay, alles klar, passiert nichts. Die Ratte ist zwar stinkig, weil sie dich nicht erwischt hat, aber so, dann wäre in dem Fall jetzt wieder viel Lou dran. Okay, dann ziehe ich meinen Dolch. Wie ist das mit Aktion, so wie man das so kennt? Eine freie, eine komplexe oder? Nee, nee, also normalerweise hast du eine Bewegungaktion und eine normale Reaktion. Wenn du bewegt hast, also du bist stehen geblieben, dann kannst du meinetwegen zwei Aktionen machen. Mein Plan ist halt, den Dolch zu ziehen und auf die Ratte mit einzustechen. Ja, dann hau da drauf. Gib ihm. Alter, also, ich habe 46 und ich habe gewürfelt, Alter, eine 44. Okay, perfekt. Damit triffst du und stichst in die Rette rein. Jetzt musst du mir nur sagen, wie viel Schaden du machst. Stich sie ab, Hauke. Das heißt, du guckst ja dann... Der Dolch. Genau, Dolch. Gruppe Standard, TP0, sehr kurz, Stärkebonus, plus Stärkebonus, plus 2. Das wäre dann 6. Genau, plus, genau, du nimmst dann nochmal einen Stärkebonus, ja, richtig, genau. Ja, das heißt, sie macht 6 Schaden, ne? Genau. Damit stichst du quasi der Ratte deinen Dolch hinein und tötest sie auf der Stelle. Das ist aber so eine dicke Riesenratte vorne an deinem Dolch dranhängig und das dauert eine ganze Zeit, bis sie von dieser Dolchklinge runterrutscht und dann schmatzend zu Boden fällt. Bleibt aber auch nichts erspart in meinem Imperium hier. So, nachdem ihr die beiden Riesenratten auch erfolgreich erlegt habt und die jetzt dann noch ausblutend zu euren Füßen liegen, möchtet ihr in diesem Gebiet noch irgendetwas anderes machen? Äh, ja, ich möchte mal schauen, gibt's da etwas Interessantes, was unter den Ratten rumliegt? Äh, würfeln wir auf Wahrnehmung. Wahrnehmung? 7. Bin auch echt gar nicht mal so gut, ey. Ha, 26. Schafft. Ja, perfekt. Du findest nicht nur drei Groschen, die da irgendwie noch altertümlich rumliegen? Moment, Moment. Der Papa findet immer zusätzliche zwei W10-Groschen bei Loot. Uuuuh. Zwei W10. So, dann hau mal raus. Äh, 87. 80, nein, 807 sind 15. Ja, guck mal, findest du zusätzlich, was die anderen gar nicht gesehen haben, das liegt da einfach so rum, du. Dir sticht das gleich natürlich ins Auge und du krapschest dir auf, das ist doch perfekt. Ja, ja, genau. Neben diesem kleinen Klümpchen Moorstein, was da noch so rumliegt, kreucht und fleucht und du nicht so wirklich planerst von wegen, was das Zeug denn alles kann, findest du in der hinteren, unteren rechten Ecke, findest du eine komisch aussehende Kugel. Oh. Und diese Kugel ist halt, ähm, also sie ist zu schwer, ne? Sie ist so ungefähr so fast, fast Größe hat das Ding ungefähr, aber du weißt nicht genau von wegen so, was es ist. Sieht komisch aus, hast du noch nicht gesehen. Ist das so eine Kugel wie die Dinger, die die, äh, geschmissen haben, oder? Ähm. Ähm, nach längerem Überlegen und du dir diese Kugel nochmal anguckst und du zurückgehst in deine Erinnerung, was, ähm, vor der Explosion stattgefunden hat, könnte das so eine Kugel sein, wie sie die Skaven in den Tavernenraum geschmissen haben? Ja, bloß in groß. In groß? Wie praktisch. Mhm. Kann ich die einstecken? Die kannst du nicht einstecken. Also das hat wirklich so, sagen wir mal, so Heringsfassgröße. Das Ding ist ungefähr so 1,20 Meter hoch. Ach so, okay, so groß. Ja. Also ich habe, halten wir nochmal fest, 15 Goldmünzen plus, was waren es, wie viele Groschen? Äh, drei glaube ich, ne? Waren das? Also ich, ich sack mir erstmal den Morsstein und das Geld ein und dann mache ich die anderen darauf aufmerksam, hm, dieses Fass, das sieht aus, hm, was das wohl sein könnte. Ich versuche nochmal drüber nachzudenken, dieser Tunnel hier führt, also wir sind vor den Stadtmauern, oder? Hm, also die Entfernung, die ihr schon zurückgelegt habt oder sowas, das sind schon ein paar Meter gewesen. Ja. Also wo ihr euch jetzt gerade befindet, könntet ihr nicht sagen, aber so wie das ausgesehen hat, wo ihr in den Tunnel eingestiegen seid, führt dieser Tunnel in Richtung Übersreik unter die Stadtmauer. Okay. Ei. Ja, ist, ist hier Ende? Also ist hier Dead End? Da ist nichts mehr. Da ist, äh, das ist einfach nur quasi so eine Höhle gewesen hier. Ja. So Männer, hier kommen wir nicht weiter. Ja, der, ich, ich halte mich hinter dem, äh, irren Kistli Wieden und gucke, was uns, äh, im anderen Gang erwartet. Ja. Also ihr geht den Gang weiter links und, ähm, auch kleinere, größere Ratten huschen von euch weg. Ähm, teilweise bleiben kleinere Gruppen so stehen und fauchen euch einfach an mit ihren kleinen Zähnchen, so nach dem Motto, hier, ey, du gehörst hier nicht hin, hier, ähm, raus hier. Ähm, aber ihr kommt hier, äh, als nächstes wieder in so ne, in so ne Kaverne mit rein, wo wieder so abgelagertes Zeug irgendwie liegt, was hier schon sehr, sehr lange irgendwie liegt. und auch hier findet ihr wieder diese, diese kleinen, runden, meterzwanzig Hohen, kugeligen Gebilde. Hm. Ja, mir wird das, mir wird das alles zu bunt, ich packe mein Dolch weg und, und nehme meinen Bogen. Just als ihr an die Kreuzung kommt, hört ihr wieder über dieses Echo, hört ihr plötzlich wieder, ich, ich hab euren Morschein nicht, äh, der sollte heute ankommen und dann, äh, wir haben dich bezahlt. Und es heilt so von den Wänden her wieder und ihr wisst immer noch nicht so richtig vom Wegen so, wo kommt es her? Ich denke mir wieder Björn, dieser Idiot und, äh, bedeute dem Kisleviten in den Gang geradeaus, so, ich glaube, wir müssen da lang. Ja, ich nicke und, äh, äh, bin total einverstanden und weil ich immer noch Chaos wittere und, äh, stapfe einfach vorwärts und, äh, versuche irgendwie auszumachen, wo, 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 wo die Geräusche herkommen. Kann ich nochmal so eine Probe machen, ob ich Schleifspuren sehe oder habe ich es einfach für alle Ewigkeiten verkackt? Nein, das dürft ihr natürlich machen, also, äh, Phil, Olek möchte ganz gerne horchen, wo er was findet, du kannst auch Wahrnehmung machen und, äh, Mathis, du wolltest ganz gerne irgendwie gucken, so, was Spurenlesen zum Beispiel angeht, ne? Äh, Spurenlesen, mach mal ruhig. Ja, vorhin haben wir Wahrnehmung gemacht, ich weiß nicht, ob. Haben wir Wahrnehmung gemacht, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, genau, du willst Spurenlesen, dann mach das mal mit Wahrnehmung, das ist, glaube ich, das Einfachste. Auf die 37, Selbstläufer. Eine 5. Uh. Ha. Okay, Olek, den wollen wir auch noch irgendwie hören, was, was macht Olek? Ich hab's leider nicht geschafft, ich hab ne 50 gewürfelt. Okay, du wirst dich also da irgendwie nochmal versuchen, wirklich irgendwie, du legst sie die Hände an den Ohren und willst gucken und schauen von wegen, wo kommt jetzt das wirklich her mit dem ganzen Geschreie und Gestammel und so weiter. Aber du kriegst nichts mit. Während aber der Johann sich plötzlich ein bisschen nach unten bückt und dort Schleifspuren findet, die weiter nach Norden zeigen. Und diese Schleifspuren zeigen eindeutig die Abdrücke von zwei größeren Ratten und von einem Menschen, der ziemlich fett sein muss. Ja, was sollen wir tun, meine Kameraden? Ja, weiter. Wir müssen Björn retten. Ich nicke. Also, sind die Schleifspuren jetzt verschwunden, die Johann gesehen hat? Nee, zwischendurch sind die immer immer wieder, tauchen die auf und dann sind die plötzlich wieder weg, als wenn so Ratten dann da durchgelaufen sind und die Spuren verwischt haben. Ach, Mist. Also, hier sind sie jetzt gerade nicht zu sehen, so wie Johann sie eigentlich gerade super ausgemacht hat, da unten, wo ihr hergekommen seid aus dem Gang. Also, ihr müsstet euch jetzt entscheiden, geht ihr jetzt rechts oder geht ihr gerade aus? Hauke, sag mal was. Immer rechts. Okay, gut. Machen wir. Okay, sobald ihr plötzlich hier um diese Biegung rumkommt, öffnet sich vor euch so eine Kreuzung. Ihr könnt wieder links oder ihr könnt wieder rechts gehen. Marc, ey. Das ist gruselig, ne? Was für ein Labyrinth, ey. Tja. Wenn da irgendwo ein Rattenburger ist, dann möchte ich wieder zurück. Einer links, einer rechts lang. Wie wollt ihr es machen? Nicht trönen. Nee, wir bleiben zusammen, wir bleiben zusammen. Gemeinsam sind wir stark. Auf jeden Fall. Genau. Ja, ich würde sagen, wieder rechts, wie der Philo vorhin schon vorgeschlagen hat. Okay, also ihr geht hier rechts rum. Der Gang wird auch enger hier in der ganzen Geschichte und eure Stimmen hallen auch hier vom Gang her wieder, sodass ihr euch fragt von wegen so, hey, was ist denn, was denn hier los? Und plötzlich geht es hier oben einfach nur noch weiter und es war eigentlich nur ein Rundlauf. Also ein Rundlauf, ja, dann wieder zurück. Und zwischendurch immer wieder diese kleinen 1,20 Meter hohen Fässer, die fast so aussehen wie die Dinger, die die geschmissen haben, vorhin in der Taverne. Da kommt ihr im Abstand von einigen Metern, kommt ihr immer an einem Teil vorbei. Oder nach Norden. Ich gucke mir unterwegs eine dieser Kugeln etwas genauer an und versuche einen Mechanismus oder ähnliches daran zu entdecken. Ich passe nichts an. Ich gucke nur, ich gucke nur und nehme auch so einen kleinen Stein hoch und leuchte da so hin, ob ich da irgendwas erkennen kann, was mich irgendwie schlau macht. Ja, du hast oben eine kleine Öffnung und wenn du mit einem Moorstein da rein leuchtest, leuchtet dich ein fein gemahlenes schwarz-grünes Pulver an und diese kleinen Grünteile leuchten wie der Stein, den du gerade in den Händen hältst. Ich spucke aus auf den Boden, das sieht aus wie Chaos-Magie. Wir sollten uns davon fernhalten. Die Rattenmenschen planen hier eine große Machance. Wir sollten uns hier einfach, wir sollten hier das alles verschwinden. Verschwinden. Aber nicht ohne Björn. Okay, aber dann jetzt einfach vorwärts. Nicht lange hier rumhängen, sondern frischen Schritt des frischen Mutes. Genau, genau so. Ja, okay. Also ihr geht dann weiter Richtung Norden. Würfelt mir drei doch mal auf Wahrnehmung. Nein, 64. Ich hab's verkackt. Oleg hat's geschafft? Ja. Yes. Obwohl, nee, unterwürfeln, ne? Du musst unterwürfeln. Dann hab ich's nicht geschafft. Verdammt. Ja, mein Key-Skill ist das auch nicht. Ich hab's auch verkackt. Also keiner von euch, keiner von euch kann wirklich sagen, von wegen, wo die Schreie herkommen und so weiter und so fort. Nice. Ja, dafür befindet ihr euch jetzt hier in einer Kaverne hier oben drin, ne? Ja, wir sehen uns halt oben. Geht's da weiter? Ich mein, ist der da drin? Ja. Also hier seht ihr nichts. Und hört ihr auch nichts. Okay, ist wieder eine Sackgasse. Auf, auf, mon ami. Ab in den nächsten Raum. Da haben wir meine Schleifspuren, meine Spurenleserei ja richtig was gebracht. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Was soll's? Okay, ihr geht an den Wänden, seht ihr zwischendurch, seht ihr, ähm, naja, so Kratzspuren, so nach dem Motto, als wenn ihr versucht irgendwie oder versucht hat, irgendjemanden durchzubrechen, so ähnlich, als ob irgendwelche neuen Tunnel geschlagen werden sollten und so. Das kriegt ihr aber irgendwie immer nur so am Rande mit, wenn ihr so durch die Gänge läuft und mal plötzlich irgendwo stehen bleibt und so weiter. Und als ihr diesen langgezogenen Gang, der sich jetzt wahrscheinlich irgendwas an die, ähm, 150, 200 Meter erstreckt, kommt ihr plötzlich in einen größeren Raum rein und ihr seht, wie der krumme Björn am Boden winselnd liegt und vor ihm ragt ein Skavenkrieger auf. Und ihr hört, wie der Björn am Winseln ist und ihr hört, wie der Skaven ihm sagt von wegen, äh, wir haben dir Geld gegeben, was wir geklaut haben aus Übersreik, damit du uns bringst mehr Moorstein, damit Übersreik nicht mehr gibt bald, in große Explosionen versinkt. Und wo ist unser Moorstein? Wo ist er, Björn? Und da seht ihr, wie dieser Skaven ihm plötzlich das krummsäbelige Messer da mit den dicken Scharten drin, was völlig verrostet ist, weiter in die Kehle reindrückt. Ja, Bogenschießen will ich. Du willst, du willst Bogenschießen? Genau, auf den Skaven. Okay, alles klar. Ist ja eindeutig, was da passiert. Äh, ja, da ist, äh, da ist sehr eindeutig, was da passiert. Dann jetzt gegen BF würfeln, oder? Du machst einfach nur auf deine BF, genau richtig, ne? Du siehst auch nur einen, einen Skaven siehst du da. Verdammte Axt! Also, ich hab einen BF von 39 und ich hab einen 84 gewürfelt. Ja, du schießt zwar deinen Pfeil ab und dieser Pfeil, ähm, trifft nicht den Skaven, sondern der schlägt, äh, hinter den beiden, die vor euch da stehen, schlägt der hinten in die Wand rein und du hörst das plötzlich, wie dieser Pfeil, so in dem, äh, in dem Gestein, so, pling, und dann zu Boden. Mal Chance. Und jetzt in dem Moment, wo das passiert, ähm, schnallt, äh, der dicke Björn, dass ihr plötzlich hier unten in diesem Labyrinth steht und der guckt völlig panisch, äh, zu Johann und sagt, Johann, ich, ich hoffe, du hast, du hast die Lieferung mit, die bringen uns alle um. Kann ich was machen? Du kannst was machen, ja. Ja. Ist nur das, was er dir gerade so, ähm, zugerufen hat. Ich, äh, also ich, ich möchte gerne, äh, meine Handarmbrust ziehen, aus dem, äh, aus dem Mantel, äh, auf, auf Björn zielen und abdrücken. Ja, auf jeden Fall. Dann mach mal. Als der krumme Björn das sieht, äh, während du mit deiner Handarmbrust auf ihn zielst, äh, kriegt er plötzlich riesige Augen. Ja. Ja, getroffen. Tatsächlich mal, mit 38. Okay, dann mach mal Schaden. Stärkebonus hast du, glaube ich, hier von 3, dann hältst du jetzt einen Schaden von 10, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, ich hab ihn einfach sehr dramatisch erschossen. Äh, nicht ganz, weil, ähm, was hast du gerade gewürfelt? Oh nein. Äh, eine 38. Eine 38, es wäre umgekehrt eine 83 und das würde bedeuten, dass du ihm ins, äh, linke Bein schießt. Und, ähm, dieser Schuss hat gesessen. Also, du hast eine, eine große Arterie getroffen und, ähm, der Pfeil ist auch, sagen wir mal, auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Und du siehst jetzt, wie es aus dem, aus dem Oberschenkel von, ähm, von Björn jetzt spritzend blutet. Und der fängt volles Fund an zu schreien. Und der Skaven in dem Moment hüpft so ein bisschen weg und du hörst ihn so, so ganz irre kichern. Und guckt dich dabei an und sagt von wegen, ja, gut gemacht. Äh, ich, ich, ich sage noch, noch zu, zu Björn gerichtet. Björn, du Idiot. Du hast sowohl die, äh, Ratten als auch mich versucht zu verarschen. Ich habe ja keinen verarscht. Der Einzige, der hier verarscht wurde, bin ich. Du solltest liefern und hast nicht geliefert, du Stück Scheiße. Erstick an deinem Blut, du. Wenn ich hier rauskomme, dann drehe ich dich durch einen Fleischwolf, du dämlicher Hund. Und versucht dann mit seiner Hand so auf diese Wunde drauf zu pressen. Hm. Okay, dann wäre der Skaven jetzt dran. Der weiß aber gerade nicht von wegen, so was er mit dieser Situation hier tun soll. Und legt so den Kopf so ein bisschen so zur Seite und guckt dich an, Johann, und fragt dich, äh, du hast Morsstein für Kickschädelschnauze? Ich gucke ihn an und sage, wenn du Geld hast. Er legt wieder den Kopf so zur Seite, geht zu Björn hin, reißt ihm den, den, den Geldbeutel ab und schmeißt dir den hin. Ja. Hast du Lieferung? Ich, äh, mach mal so. Mach mal so. Und plötzlich, als er den ganzen Morsstein, den du unter deinem Mantel versteckt hast, plötzlich sieht, kriegt er plötzlich große Augen und sagt, gib, gib, gib schnell, gib schnell. Übers Reich muss zerstört werden, gib schnell. Ich, äh, stehe ich irgendwo neben einem? Du stehst neben den anderen beiden da. Neben den anderen beiden? Ja. Äh, äh, ich, äh, möchte denen, äh, die Gelegenheit nutzen, wenn sie da vielleicht zugucken und, äh, versuchen mal Hauke näher zu treten und, äh, mit dem, mit dem Dolch zuzustechen. Und, 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 und sage so, es geht nur ums Geschäft. Ja, kannst du machen. Ja. Ja. Hauke, würfel mal auf deinem W100. Auch auf Kampfgeschick bei dir. Muss ich auch würfeln? Du musst auch auf Kampfgeschick würfeln, ja. Okay. Ich hab'n, äh, ich hab'n, äh, ich hab'n, äh, glatten Erfolg. Du hast'n, äh, äh, glatten Erfolg, okay, alles klar. Das heißt, Hauke hat aber mehr Erfolgsgrade und kann sich noch gerade von deinem, von deinem Zustechversuch so auf die Seite, äh, schmeißen, sodass du quasi ins Leere reinstechst. Ja. Uiuiuiuiui, okay, die Ratten können nichts mehr machen, die haben gerade mit dir verhandelt, das war deren Aktion, Oleg. Ja, ich bemerke, wie dieser Scherge des Chaos in meinen Augen sich auf einmal gegen meinen Mitstreiter gewendet hat, drehe mich um und in der Wendung nehme ich meinen Kriegshammer und ziehe volle Kanne auf den Kopf und ziehe voll durch und versuche ihn auszunocken damit. Ja, dann auch wieder, Mathis, Phil, beide auf Kampfgeschick. Ja. Ne, ich hab's nicht geschafft, ich hab ne 29. Das heißt, du triffst? Ja, ich brauch ne 48, beziehungsweise auf Trefferwürfe im Nahkampf ne 58 sogar. Alles klar, dann sag mal, was Johann für Schaden kriegt. Äh, Stärkebonus 5 plus 6 sind 11. Okay. Betäubend, langsam, verwundend. Das heißt, Mathis, wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Also, du musst jetzt mal gucken, was hast du gewürfelt, Phil, was war das nochmal? Ähm, ich hab eine 29 gewürfelt. Eine 29, äh, ist dann eine 2. Auch eine 58. Okay, ähm, du triffst, ähm, den Johann am rechten Bein und zertrümmerst ihm quasi den, äh, den, den Oberschenkel. Laufen ist jetzt grad nicht mehr so richtig. Einen Schaden hast du gemacht? Laufen ist jetzt grad nicht mehr so richtig. Elf Schaden war das, glaub ich, ne? Ja, ich hab 17, also ... Okay. Durch die Wucht, wo du mit dem Hammer jetzt grade getroffen wurdest, äh, Mathis, ähm, wird dein Charakter, ähm, mehr in Richtung der Skaven und zum krummen Björn hingeschleudert. Ja. Sodass sie quasi so, sag ich jetzt mal so, der, gerade der Skaven so in Packreichweite für dich ist. Ja. Skaven guckt dich wieder an und sagt von wegen so, Kickschädelschnauze kann dir helfen, aber du musst mir geben Morsstein. Du auch schon Geld bekommen hast, komm schon. Komm, mach schon. Stehen hier auch diese, ähm, diese Fässer oder diese, diese Bombendinger rum? Ja, da stehen welche von rum, ja. Ja. Ich, äh, greife mal in meinen, äh, in, in, also erstmal schreie ich vor Schmerz. Och. Und dann greife ich in meinen Mantel und, äh, ziehe etwas Explosives heraus und sage, äh, los, schnappt sie euch und dann verhandeln wir später, sonst fliegen wir hier alle in die Luft. Der Skaven guckt hier wieder, guckt, legt ihn wieder so, ne, und fängt plötzlich an ein, 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 ein schnatterndes, schrilles Geräusch von sich zu geben und ihr hört es plötzlich. Als ob aus allen Richtungen plötzlich so, 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 so Geschabe über den, über den, über den, über den Boden in Richtung sich bewegt. Aus allen, aus allen Himmelsrichtungen. Pivi, sind wir noch weiterhin in der, äh, Initiative-Aktion drin? Jaja, ihr seid immer noch in der Aktiv-, äh, in der Initiative. Es ist ja, der, der Kampf ist ja quasi nicht beendet, es sei denn, jemand sagt, ich gehe aus dem Kampf raus und mache was anderes oder irgendwie sowas. Also du könntest rein theoretisch, könntest du weiterhin angreifen, weil du jetzt auch dran wärst. Ja, wunderbar, dann, dann schieße ich auf den Skaven. Ja, dann, da mal, hier, Attacke, was hätten wir denn hier? Äh, nö. Okay, ich brauche eine 39 und ich habe eine 31 gewirft. Sehr gut, damit machst du Schaden. Sag mir mal, wie viel Schaden du machst. Ich mache Schaden. Vier plus acht insgesamt. Ja, okay. Du triffst, äh, du triffst, äh, Kicks, Schädel, Schnauze auch. Ähm, sagen wir mal, sehr, sehr heftig. Ähm, du hast was gewürfelt gerade? Was, was für eine Zahl? 31? Trefferzone wäre 73. Trefferzone wäre 73, damit triffst du genau den Körper und du siehst, wie dein Pfeil sich durch seine provisorische Rüstung, äh, mitten ins Fleisch reinbohrt und, äh, einen Lungenflügel so bestätigt, dass er anfängt, Blut zu spucken und er wirklich Probleme hat, gerade beim Atmen. Okay. Ich grinse dabei noch leicht schief. Und wieder lässt er so einen hohen, schnatternden Laut von sich noch, noch raus, was er, was er gerade noch hinkriegt. Und das Kratzen und Schaben wird lauter. Und es mischt sich unter dieses Kratzen und Schabern, mischt sich das Quieken von Ratten. Dann wäre Olek dran. Okay, äh, erstmal, ähm, blicke ich zur, zur Filou und frage, äh, im Namen der Tsarina, Katharin von Kislev, was geht hier vor? Im Namen des Königs von Bretonnia kann ich euch antworten, ich habe keinen, keine Ahnung. Wollen wir das ausstehen oder wollen wir fliehen? Vielleicht ist es angebracht, um einen anderen Tag weiterzukämpfen. Und damit nehme ich die Beine in die Hand und versuche mich auf den Rückzug zu begeben. Ja, Just, als du dich gerade umdrehen willst, siehst du, dass aus dem Tunnel südlich von dir eine Schar von Ratten kommt, die diesen Tunnel ausfüllen. Von Riesenratten. Also sie, sie kommen wie so eine Wassermasse, kommen sie auf, auf euch zu und, und strömen in diese Kaverne mit rein. Und von hinten, ich, ich, nachdem diese, nachdem, nachdem dieser, nachdem dieser Strom etwas versiegt ist, hört ihr von hinten, ähm, etwas mit schweren Schritten angerannt kommen. Hört immer so, puh, 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 puh. Oh, scheiße. Ich, ich lache irre und, 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 und schreie zerreißt sie. Ja. Als, äh, ihr, Johann hört, wie er dieses zerreißt sie, äh, brüllt und irre schreit, äh, seht ihr plötzlich, wie ein Rattenogger mit so einer Bombe in der Hand auf euch zukommt. Oh nein. Haben wir irgendeine Möglichkeit abzuhauen? Äh, weiß ich nicht, aber das Seltsame an diesem Ding ist, da hängt eine brennende Lunte drunter. Oh Gott. Merd. Ja, es wird ja gerade nicht besser, ne? Was macht denn eigentlich dieser andere Typ, der Einheimische? Der sitzt da blutend auf dem Boden und drückt sich irgendwo, versucht, oder die Ader irgendwo am Oberschenkel ab, aber, ähm, da ist nicht mehr viel. Oh Gott. Ja, dann können wir uns ja nur um, 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 umschauen und gucken, in welche Richtung wir am besten laufen. Also, wenn ihr versucht zu, 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 zu laufen, könnt ihr versuchen, am, am, am Rattenogger vorbeizulaufen. Vielleicht funktioniert das. Ja, wollen wir es versuchen? Die einzige Alternative, die ich sehe, wäre ja sonst, mit einem absoluten Kunstschuss auf diese Kugel zu schießen, in der Hoffnung, dass die Lunte dann das Ding in Brand setzt. Aber, äh, mein Ballistikskill ist 39, also darauf würde ich jetzt nicht mein Leben verwenden wollen. Ja, und zumal eine Explosion, ich weiß nicht, ob wir die überleben. Also, ich würde vorschlagen, äh, wir rennen einfach los und versuchen irgendwie, wenn wir beide gleichzeitig am, an dem Rattenogger vorbeilaufen, vielleicht ist er dann so verwirrt, dass wir irgendwie dran vorbeikommen. Wäre ich mal bloß in Bretonien gewesen, geblieben. Naja, gut. Ja. Gut, Olek, dann, dann hauen wir jetzt hier ab. Ja, okay. Ich, äh, ich, ich schreie, sie dürfen nicht entkommen. Ja. Und, und, äh, Nestel, auch wenn es furchtbar wehtut, äh, nach meiner Bola. Hm. Ja, wen, wen willst du einfangen? Äh, den Kisleviten. Okay, alles klar, dann mach mal einen Wurf auf BF. Äh, ha, 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 ach, ach, ach so, jetzt muss ich wieder auf BF gehen. Äh, 29. Uh, Phil, gerade als du weglaufen wolltest, merkst du plötzlich, wie deine Beine, äh, keinen Schritt mehr vorwärts tun, du aber nach vorne laufen möchtest und du fällst lang nach vorne hin. Scheiße. Hilfe suchend, äh, schaue ich, äh, schaue ich Philu an und zeige auf die Bola und auf seinen Dolch und wieder auf die Bola und wieder auf seinen Dolch. Ja, okay. Björn so im Hintergrund schreit nochmal, Johann, du stückst Scheiße, was tust du denn hier eigentlich, was soll das denn, du bringst uns alle um und nicht nur uns, sondern auch übers Reich. Weißt du eigentlich, was du da tust? Geld verdienen, du Trottel. Aber die jagen uns doch alle in die Luft. Ja, man muss nur wissen, an welcher Seite man steht, wenn's explodiert. Kann ich ihm mal eben die Kehle durchschneiden, damit er nicht mehr so rumschreit? Du, das ist deine Szene. Ja. Du bist dran. Ja, ich, äh, nutze mal mein Dolch und, äh, sage dann noch so, du hast mich das letzte Mal abgezockt und dein Bier schmeckte sowieso immer scheiße. Nein, nein, hör auf, nein, wir können doch um alles reden, wir sind doch Geschäftsmänner, hör auf mit dem Scheiß. Und dann, ja. 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 Und fällt um. Ja. Fällt zur Seite und du siehst, wie er noch versucht, sich irgendwie mit einer Hand irgendwie so an die, an die Kehle zu fassen. Aber da passiert nicht mehr viel. Abschaum. Philo, das hast du gesehen, was da gerade passiert ist. Jetzt hast du auf der einen Seite den Kollegen Olek da liegen, auf der anderen Seite hast du gerade gesehen, wie der Johann da gerade den Tavernenwirt platt gemacht hat. Das hilft mir ja alles nicht weiter. Also, dass man halt auch dementsprechend ein paar Würfe, sagen wir mal, modifizieren kann. Okay, und jetzt, je besser, desto besser, ne? Je niedriger, desto besser. Okay. Meine Monami, meine liebsten glücklichsten, Glückswürfel hier. Ich denke, ich setze einen Glückspunkt ein. Okay. Scheiße. Wenn ihr das sehen könnt, wie die Hauke gerade am Würfeln ist, das ist so genial. Mit zwei Händen. Die Hände des Sees darf mich jetzt nicht. Ah. Und? Und? Ja, es sah ganz gut aus, bis ich sah, dass der Zehner der Zehner ist. 81, ich hab voll verkackt. Ja. Ja, gut. Du siehst, wie deine beiden Pfeile, die du ganz schnell auf die Sehne gelegt hast und abgeschossen hast, leider alles andere getroffen haben, aber nicht den Rattenoger. Und der Rattenoger kommt weiter und die Lunte brennt weiter runter und brennt weiter runter. Und just in dem Moment, wo er genau in der Kaverne mit drin ist, reißt das Ding plötzlich alles, was sich in dieser Kaverne befindet, entgegen. Und es entsteht eine Kettenreaktion, die die Welt in Reikland schon lange nicht mehr gesehen hat. Dieser ganze Tunnelkomplex explodiert nach der Reihe wie so ein Dominostein, entzünden sich die ganzen Bomben, die so auf diesem Weg von den Skaven schon gelegt sind. Und reißen den gesamten Boden auf. Teile der Stadtmauer von Übersreik werden weggesprengt, angesprengt, sodass Durchbrüche dort entstehen. Teilweise werden Wohnhäuser weggesprengt, weil dieser Tunnel schon sehr, sehr weit unter den Stadtmauern in die Stadt reingegangen ist. Und für euch spielt sich alles noch in Zeitlupe ab, wie die Explosion weiter auseinander geht, wie Körperteile von den Ratten weggerissen werden, wie der tote Björn durch die Gegend fliegt. Wie ich irre lache. Wie Johann irre lacht und wie plötzlich diese grünen Flammen euch umschlingen und es plötzlich dunkel wird. Wie ich irre lacht und wie plötzlich diese grünen Flammen. Wie ich irre lacht und wie plötzlich diese grünen Flammen.